Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 27. Oktober 2023. Grüezi miteinander und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüsse Sie zur internationalen Ausgabe unserer Sendung. Aufgepasst vor Einlullungsparolen, vor Durchhalte-Worthülsen. Wir müssen uns auf Dauer an hohe Gaspreise gewöhnen. Müssen wir das? Müssen die Deutschen sich an auf Dauer höhere Strompreise, hohe Strompreise gar gewöhnen? Das sind ganz gefährliche Ansagen, die da gemacht werden von der Bundesnetzagentur. Und da empfehle ich aus qualifizierter Aussenperspektive, da müssen Sie misstrauisch bleiben. Damit dürfen Sie sich nicht abspeisen lassen. Denn diese Gaspreise, diese Selbstzerstörung der Energieversorgung eines der erfolgreichsten Industrie-Weltwunderländer überhaupt, Deutschland, diese Energiepreise, diese explodierenden Kosten, die sind selbst gemacht. Und da darf man die Politiker nicht damit davon kommen lassen. Und Sie müssen natürlich aufpassen, weil der Staatsapparat und die Regierung, die das Ganze ausgebrütet, die das Ganze veranstaltet hat, die setzen natürlich jetzt ihre Instanzen, ihre Behörden ein, um entsprechend propagandistisch das Terrain freizuschießen, damit sich da niemand mehr getraut, auch nur einen kritischen Pieps vernehmen zu lassen. Doch, wenn ich die deutsche Lage richtig einschätze, das ist ja nicht ganz einfach für uns Schweizer, dann stelle ich doch fest, dass es da mächtig Rumor, die Parteienlandschaft ist in Bewegung geraten, und das Packei ist da, diese Nachkriegsordnung, diese festen Blöcke und dieser zementierten Machtkartelle, das bröckelt langsam, das bricht langsam auf, das schmilzt und neue Kräfte melden sich zu Wort. Natürlich am mächtigsten da die AfD, die sie am liebsten im Giftschrank in der Quarantäne versorgen würden. Jetzt die Wagenknecht-Partei, die allerdings unter der Abgrenze Rittis leidet, das ist ja sozusagen die Volkskrankheit unter deutschen Politiken, alle grenzen sich von allem ab, alle Bauern mauern auf, und wir erinnern daran, meine Damen und Herren, der, der eine Mauer aufbauen muss, der sich mit Brandmauern und anderen Wellen gegenüber irgendetwas anderem abgrenzen und schützen muss, ja, der kommt meistens nicht aus der Position der Stärke. Mauern sind immer auch ein Zeichen der Schwäche in der Politik, ganz besonders. Aber ich höre jetzt, dass auch auf der rechten Seite, Sarah Wagenknecht kommt ja von links, aber auch auf der rechten Seite, soll sich da etwas bewegen. Ich habe gehört, Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzpräsident, hoch angesehener Beamter, der dann von den Medien aufs Fürchterlichste durch den Shitstorm geprügelt wurde. Warum? Weil er sich erfrecht hatte, die Kanzlerin zu kritisieren. Damals muss ich das einmal vorstellen. Beunruhigend geradezu, es heisst nun, er würde sich zusammenschliessen, allenfalls mit dem Ökonomen Markus Krall, der bis vor kurzem ja noch die Geschicke des Goldkonzerns, des Goldhändlers Degussa geleitet hat. Markus Krall, auch ein YouTube-Star, und die würden sich jetzt zusammenschliessen. Es gab auch schon Auftritte, nicht jetzt zusammen, aber Auftritte, in denen entsprechende Szenarien geäussert wurden. Also eine neue Kraft da auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums, was da auch in den entsprechend interessierten Kreisen zu reden gegeben hat. Das ist hochinteressant. Das haben wir in der Schweiz auch einmal gehabt. In den 90er Jahren gab es da verschiedene Kräfte rechts von der Mitte. Und es war damals das strategische Geschick des SVP, des Dwayens, der Schweizerischen Volkspartei, des Unternehmers, Christoph Blocher, der eben sehr gut in Führungsfragen beschlagen ist, der eben weiss, wie man Organisationen, Parteien, Firmen zum Erfolg führen kann. Er hat es damals geschafft, all diese verschiedenen Bewegungen zusammenzufassen. Dafür wurde er natürlich heftig abgestraft und kritisiert. Man hat dann gesagt, ja, Blocher, der erntet da den rechten Flugsand. Also die Verachtung ist auch an den Metaphern zu spüren und mitzubekommen. Und das werden entsprechend dann die Leute auch hören. Die Rattenfänger, das ist ja auch so etwas, was immer wieder gesagt wird. Da werden also die Bürger, die Wähler, die potenziellen Wähler als Ratten verunglimpft. Muss man sich einmal vorstellen. Kein Wunder, dass bei diesem Medien- und Meinungsfabrikations-Mainstream die meisten Leute gar nicht mehr mithören. Ich habe gelegentlich den Eindruck, dass viele der Zuschauer hier von Weltwoche Daily, die kennen eigentlich diesen Medien-Mainstream nur noch aus meinen Nacherzählungen, die ich hier bei dieser Sendung vornehme. Weil selber tut sich das gar niemand mehr an. Ich bin da also sozusagen der Schmerzensmann im Aussendienst, der sich da immer wieder mit diesem Mainstream beschäftigt. Aber es ist nicht ganz unwichtig, weil da können sie natürlich etwas, die Signale und Entwicklungen entnehmen, die da jeweils, ja, die Akzente, die einfach zu spüren und zu beobachten sind. Israel, Naost, natürlich ein ganz grosses Thema. Auch die Migrationsproblematik hier, das natürlich jetzt aufgrund dieser Politik, der offenen Scheunentore, der sperrangelweiten Willkommenspolitik, diese Selbstüberforderung, diese Leichtsinnspolitik, die hat jetzt natürlich dazu geführt, dass sie den Ostkonflikt auch nach Deutschland importiert haben. Ausgerechnet das Land, das dem Staat Israel aus historischen Gründen die Treue geschworen hat und auch eine Loyalitätsverpflichtung und ein Loyalitätsbekenntnis abgegeben hat. Dieses Land Deutschland ist nun mit der Tatsache konfrontiert, dass sie immer mehr Antisemiten, Judenhasser und Israel-Gegner auf ihren Strassen haben, die da ihre Kundgebungen machen und auch vor gewalttätigen Aktionen nicht zurückschrecken. Ein weiterer Augenöffner dafür, dass diese Migrationspolitik Deutschland kaputt macht. Die macht jedes Land kaputt. Das ist eben die Leichtsinnigkeit. Nichtsinnigkeit. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Das ist das, was auch passiert mit Konzernen. Wenn da der Grossvater das aufgebaut hat, dann kommt die nächste Generation, die das noch irgendwie spürt. Und am Schluss studieren alle nur noch Kunstgeschichte, hängen eine Regenbogenfarbe da an den Balkon der herrschaftlichen Villa, die man geerbt hat von den Alten. Und dann geht es aber fadengerade das Loch hinunter. Das ist natürlich die Gefahr, die auch einer Gesellschaft droht. Und deshalb formieren sich ja jetzt die Gegenkräfte. Deshalb rumort es ja da auch im Gebet. Nun also Hamas-Angriff auf Israel. EU will Israel dazu drängen, die Angriffe auf Gaza zu unterbrechen. 27 europäische Landesregierungen fordern humanitäre Pausen im Nahostkrieg, damit die palästinensische Bevölkerung versorgt werden kann. Ich habe gesehen, auch eine amerikanische Mehrheit, das schreibt der Historiker Adam Tooze, «American voters favor a ceasefire», einen Waffenstillstand und eine Deeskalation in Gaza. Und sie möchten, dass die amerikanische Regierung Druck aufsetzt, in Tel Aviv, in Jerusalem, dass Ministerpräsident Netanyahu da diese Bombenangriffe und auch die geplante Bombenoffensive zurückfährt und auch diese Invasionspläne da erstmal auf die Wartebank schiebt. Das sei keine marginale Position, sondern Mainstream in beiden Parteien. Also man wünscht sich auch in den USA hier das Spannung, das Druck von dieser ganzen Situation weggenommen wird. Ich habe auch gesehen, in der Europäischen Union, rund 842 EU-Mitarbeiter protestieren gegen von der Leyen's Gaza-Politik. Diplomaten warnen, der Westen habe im globalen Süden wegen seiner Ignoranz gegenüber Ziviltoten im Gazastreifen jede Glaubwürdigkeit verloren. Das ist ein ganz wichtiges Thema natürlich und auch ein kniffliges Thema, weil die Hamas, diese Terrororganisation, es genau darauf angelegt hat, natürlich Israel zu einer extremen Reaktion zu verleiten, um dies dann wiederum propagandistisch auszuschlachten. Und der Westen, aber auch Israel, ich glaube, die sind sich das schon bewusst, die müssen einfach darauf achten, dass jetzt eben doch bei allem und bei allem Verständnis auch für diese Verletztheit, die aufgrund dieser fürchterlichen Gräueltaten, die immer noch verharmlost werden, habe ich den Eindruck bei uns, dass man da jetzt nicht übers Ziel hinausschiesst mit entsprechend kontraproduktiven Resultaten. Man darf also hier nicht auf eine Gesinnungspolitik einschwenken. Man muss die Verantwortungsethik walten lassen. Daran darf es keinen Zweifel geben. Aber wie das aussieht, da bin ich natürlich als Schweizer auch leicht überfordert, beziehungsweise schwer überfordert. Ich habe in der Schweizer Ausgabe ein Bibelzitat aus der neuen Ausgabe hier in Erinnerung gerufen, beziehungsweise vorgestellt, «Auch kennt der Mensch nicht seine Zeit. Wie die Fische, die ins tückische Netz geraten, wie die Vögel, die gefangen werden, so werden die Menschen verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn es sie plötzlich überfällt, gerade in Zeiten des Unglücks. Da zappeln wir eben wie die Fische im Netz unserer eigenen Ignoranz. Wir bilden uns aber ein, wir würden alles ganz genau überblicken und das ist gefährlich und diese Selbstherrlichkeit darf auch im Nahen Osten nicht entstehen. Man darf sich auch von dieser Fürchterlichkeit der Hamas da nicht über die Kante schieben lassen und dann zu Mitteln zu greifen, die dann wiederum diesen Terroristen in die Hand spielen. Es ist also ein sehr anspruchsvoller Balanceakt, denn der Mensch besteht ja eben auch aus Emotionen. Und wenn so eine Verletzung stattfindet, wie es dieser Hamas gelungen ist, ich glaube übrigens nicht daran, wie es Theorien gibt da draussen, die jetzt immer wieder kursieren, dass die Israeli das gleichsam zugelassen hätten. Klar, es gibt nichts, was es nicht gibt unter dieser Himmelskuppel. Aber da muss man schon aufpassen, dass man die Opfer nicht zu Tätern macht. Aber das ist eine hoch anspruchsvolle politische Aufgabe und im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten setze ich mich einfach dafür ein, dass wir da ein gewisses Abklingbecken hier zur Verfügung stellen. Die Weltwoche ist sozusagen das Abklingbecken der Emotionen, wie auch die Schweiz als Land. Wenn es denn seine Neutralität pflegt, ein Abklingbecken des gegenwärtigen Wahnsinns sein müsste. Das ist unsere Funktion. Wäre schön, wenn auch Deutschland ein Abklingbecken wäre. Aber ich habe den Eindruck, das ist eher etwas das Gegenteil. Das ist sozusagen ein politischer Brennstab. Deutschland im Moment, vor allem das politische Establishment in Berlin. Kritik aus dem Gazastreifen. Wir wollen ein menschenwürdiges Leben. Das ist ein Artikel, den ich im Tagesanzeiger in der Schweiz entdeckt habe. Sehr interessante Interviews. Die Hamas regiert mit brutalen Methoden in Gaza. Das wird auch immer wieder übersehen. Trotzdem gibt es dort kritische Stimmen. Viele lehnen das Terrorregime ab. Das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Das erzählt bei uns der Pierre Heumann, der Tel Aviv-Korrespondent, dass eben nicht die Palästinenser und die Hamas gleichzusetzen sind. Es gibt Übereinstimmungen. Aber man muss hier bereit sein, zu differenzieren, die Grautöne zu sehen und nicht in den eigenen Rechthabereien sich einzubunken. Was Guterres sagt, ist richtig und unerhört. Ja, das gibt nach wie vor zu reden. Es hat jetzt da auch von Seiten Israels ganz scharfe Beanstandungen gegeben. Unter anderem sagte Gilad Erdan. Wer ist Gilad Erdan? Das ist der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen. Verzeihen Sie, ich musste das kurz nachschlagen. Sein Zitat aufgrund dieser Äusserungen. Aufgrund seiner Äusserungen werden wir uns weigern, UN-Vertretern Visa zu erteilen, sagte Gilad Erdan in einem israelischen Radiosender. Wir haben bereits ein Visum für den Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten Martin Griffiths verweigert. So Erdan, es ist an der Zeit, Ihnen eine Lektion zu erteilen. So zitiert NTV, das Portal, diese Rede. Und da gehen die Israeli meines Erachtens auch zu weit. Also, du musst ja auch Verständnis dafür haben, dass die UNO sich jetzt als weltumspannende Organisation nicht einfach nur auf eine Seite schlagen kann. Auch wenn in dieser ganzen Grausamkeit, dieser Terror, dieser pogromartigen Terrorattacke, ich betone das nicht, weil ich sozusagen wie beim völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine, was mantraartig in allen Zeitungen, in jedem Satz, in jedem Abschnitt bis zum Abwinken steht, nicht weil ich hier jetzt das Gleiche machen möchte, sondern weil mein Eindruck eben ist, dass diese Gräulichkeit bei uns viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Aber ungeachtet dessen, überschiessende Reaktionen jetzt auch das Humanitäre abzuwürgen, damit schafft natürlich Israel die Grundlage für weiteren, für noch mehr Hass. Und damit gibt Israel oder gäbe Israel auch all jenen Recht, die sowieso Israel im Verdacht haben. Ja, die wollen das ja, die wollen diese Eskalation, genauso wie diese Hamas-Spinner, Spinner, diese Rechten da in der Regierung von Israel, die verfolgen den finsteren Plan, um eben das Ganze auch zum Anlass zu nehmen, um die andere Seite einfach ins Mittelmeer zu schieben. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich habe nicht die Information, die mir das bestätigen würden. Aber ich sehe natürlich, dass solche Aussagen genau diese Theorien dann wieder bestärken können. Das geheime Tunnelsystem der Hamas, das habe ich auch irgendwo gelesen, andeutungsweise, was die Hamas da alles gebaut hat, unterhalb des Gaza-Streifens. Das ist also ein, wenn ich das jetzt mal ganz moralfrei bewerte, ein Meisterwerk der Tunnelbaukunst. Das soll offensichtlich an das herankommen, was die Schweizer da in den Alpen zum Teil unterkellert und gebohrt haben. Zwei auf zwei Meter, also solide gemacht, mit Beton, durchelektrifiziert, mit Lüftungsschächten usw. Das müssen gigantische Bauprojekte gewesen sein, auch mit Beton und allem ausgestattet, was es da braucht. Und da fragt man sich natürlich, wie ist das möglich, dass eine Terrororganisation ein derartiges Tunnelsystem bauen kann. Da sind wir nicht in Vietnam, in Nordvietnam. Die haben ja auch Tunnels gebaut, Erdtunnels. Ich war da mal drin, habe mir das angeschaut. Also klaustrophobisch, da musst du dich also zusammenkauen, um dich überhaupt zurechtzufinden. Da gab es Erdspitel, wo die Frauen Kinder auf die Welt gebracht haben usw. Und hier also dieses Hamas-Tunnelsystem, unglaublich. Da sind doch Milliardensummen, sind doch abgezweigt worden an Entwicklungshilfe. Und das ist für mich eine Kritik, die man viel zu wenig hört hier an Palästina. Nämlich die Palästinenser, beziehungsweise diese Hamas. Und die Palästinenser haben das zugelassen, sicher auch unterdrückt von den Hamas-Terroristen, von diesen Fanatikern. Aber sie haben es zugelassen, dass all diese Hilfsgelder offensichtlich verwendet wurden, um dieses Tunnelsystem da auszubauen. Anstatt Gaza in ein zweites Singapur zu entwickeln. Und das wird bei uns auch zu wenig zur Kenntnis genommen. Meiner Ansicht nach. Und auch diese Waffen, die da jetzt hineinkommen. Offensichtlich ist dieses Geld einfach verwendet worden, zweckempfremdet worden, um diesen Gaza-Streifen zu einer unterirdischen Festung zu bunkern. Unglaublich. Frankreich. Interessant. Die Franzosen. Immer wieder, und ich finde das gut an den Franzosen, ich bin kein Macron-Fan, aber ich bin auch kein Macron-Gegner. Ich versuche mich da etwas unabhängig, neutral zu verhalten. Und einfach meine persönlichen Eindrücke. Er ist für mich etwas ein Schauspieler. Für mich einer, der zu gut aussieht, um wirklich authentisch und wahr zu sein. Habe da viele Fragezeichen. Aber er ist sicher ein hochintelligenter und auch geschickter Politiker. Und jetzt wieder in bester französischer Art und Weise markiert er eine unabhängige Position. Ich lese nämlich, Frankreich wolle ein Marineschiff schicken, um den Gaza-Streifen zu unterstützen, namentlich die Spitäler. Sind die Franzosen da kritisiert worden? Er hilft da dem Terroristenstaat, er hilft dem Hamas-Staat. Aber Macron sagt, nein, wir wollen der Zivilbevölkerung helfen, die eben auch eine Geisel ist, bis zu einem gewissen Grad dieser Hamas-Fanatiker. Auch ein Flugzeug mit medizinischem Material sei vorgesehen für den Gaza-Streifen, werde in Ägypten eintreffen, dem dürften dann weitere folgen. Das wird dann kritisiert als Doppelmoral. Aber ja, das ist jetzt halt die unabhängige Position oder etwas unabhängige Position nach meiner Beurteilung, nach meiner vielleicht oberflächlichen Beurteilung. Ich überblicke nicht alle Bereiche. Der Mensch kennt nicht seine Zeit und ich schon gar nicht. Ich versuche mir da nach Kräften eine Übersicht zu verschaffen. Das ist interessant, das finde ich erwähnenswert. Israel stimmt laut Wall Street Journal einer Verschiebung der Bodenoffensive zu und Israel verurteilt Präsident Erdogan scharf wegen seiner Aussagen, die Hamas sei eine Befreiungsorganisation. Ja, Erdogan positioniert sich natürlich da ganz klar als Vermittler, als einer, der die unterschiedlichen Positionen noch einmal zusammenbringen will. Er hat ja auch viele Aktien da, in dem sind politische Aktien im Nahen Osten bei diesen Organisationen. Ich kann ihm da jetzt rein intellektuell nicht folgen, aber er ist ja Staatspräsident. Er muss anders das beurteilen als ich. Die Ukraine, auch interessant. Das lesen Sie nirgends. Ich habe da in einem sehr für mich glaubwürdigen amerikanischen Portal jetzt lesen können. dass die russische Luftabwehr und die russische Flugwaffenabwehr enorme Erfolge erzielt hat im Abschiessen ukrainischer Kampfjets. Und offenbar seien da neue Raketen im Einsatz, mutmassen Quellen im Weissen Haus, die da zitiert werden in jenem Portal Moon of Alabama, heisst das. Und die Bilanz der letzten neun Tage laute, 17 ukrainische MiG-29 Kampfflugzeuge abgeschossen, zwei ukrainische Su-24 taktische Bomber, drei ukrainische Su-25 Unterstützungsjets abgeschossen, ein L-39 Trainingsjet und drei Mi-8 Transporthelikopter seien da vom Himmel geholt worden. 26 Air-Objects, also Luftobjekte, identifizierbare fliegende Objekte sind da abgeschossen worden. Und das seien katastrophische Verluste für die ukrainischen Truppen. Der Ukraine-Krieg ist ja auch interessant, mehr oder weniger von heute auf morgen in den Hintergrund gerückt worden. Das zeigt ja auch die Unseriosität der medialen Berichterstattung, die extreme Emotionalität, die verständlich ist am Anfang, ich will mich da überhaupt nicht jetzt allzu hochnässig darüber hinwegsetzen, nur ein bisschen, die Emotionalität am Anfang ist klar, aber irgendwann musst du zum klaren Kopf zurückkehren, sonst setzt du dich dem Verdacht aus, dass du einfach ideologisch hier eine bestimmte Story erzählen willst. Und beim Ukraine-Krieg finde ich unsere Medien sowieso absolut korrupt, weil sie nie berichtet haben, was namhafte Beobachter protokolliert haben. Zum Beispiel der frühere Präsident des IKRK, Internationalen Roten Kreuz, Peter Maurer, der diesen Krieg als besonders schonungsvoll in Bezug auf die Zivilbevölkerung bezeichnet hat. Diese Nachricht, diese Aussage in der Weltwoche hat er sie gemacht, in einem grossen Abschiedsinterview, also zurücktritt, hat einfach keine Zeitung aufgegriffen. Warum nicht? Weil es eben nicht ins Märchen-Narrativ da passt, in diese ideologische Zurüstung. Dann ein Sensationsartikel in einer polnischen Zeitung, in einem polnischen Portal, Dorzecki heisst das, oder Dorzecki, da hat ein früherer Angestellter, ein früherer Berater von Präsident Selenski, bemerkenswertes gesagt, ein gewisser Oleksii Arrestowicz, er kritisiert und beschreibt da eine zunehmend grössenwahnsinnige Präsenz des ukrainischen Präsidenten Selenski, der sich da benehme, wie jemand, der den Globus beherrsche und dem Globus die Regeln diktieren könne. The West is increasingly irritated by Ukraine's arrogance. Also der Westen sei zunehmend irritiert von der ukrainischen Arroganz. Ich bin da schon länger irritiert über diese Arroganz, aber ich möchte selbstkritisch hinzufügen, ja, wer hat denn diesem Selenski dermassen unkritisch zugejubelt? Wer hat denn dieses Über-Ego auch noch gefüttert und zusätzlich aufgeblasen mit dem Gift der Schmeichelei und der bedingungslosen Zustimmung? Ja, meine Damen und Herren, das waren unsere Medien, das waren unsere Politiker, das waren viele von uns, auch Freunde von mir, die da diesen Selenski aus guten Motiven anbeten und ihm damit eben keinen Gefallen getan haben. Und das ist nicht eine Aussage, die darauf abzielt, alles in Grund und Boden zu verdammen, was die Ukrainer machen, und alles hoch zu jubeln, was die Russen sagen. Das ist nicht der Gedanke, den ich hier nach vorne bringen möchte, sondern einfach, auch kennt der Mensch nicht seine Zeit. Immer wieder dieser Bibelspruch, hören wir doch auf, hier in dieser Eindeutigkeit über Vorgänge zu urteilen, die wir selber gar nicht beurteilen können, wo wir überfordert sind. Man kann sich da nur tastend hinbewegen und darum bringt ja die Weltwoche unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen. Ex-Stabschef von Trump kooperiert wohl mit dem Sonderermittler, und zwar Mark Meadows, der ehemalige Stabschef, soll nun dem Sonderermittler Jack Smith nach US-Berichten hier zu diensten. Sein Donald Trump, seine Eitelkeit, sein Narzissmus, seine grosse Schwäche, damit auch personelle Fehlentscheide. Auf der anderen Seite muss man sagen, durch seinen Narzissmus, durch seine brachiale Art und Weise, hat Donald Trump dermassen die Kameras auf sich gelenkt, dass alle seine Mitarbeiter im Windschatten gut arbeiten konnten. Das müssen sie auch zuerst einmal fertigbringen als Präsident. Diese Chutzpäe müssen sie haben, und dafür müsste man Trump auch loben. Aber, das höre ich auch von unseren Quellen, von unserem Auslandschef Urs Geriger, der sehr nahe an den Trump-Leuten auch dran ist, der die kennt, der mit denen auch spricht. Und da haben ihm schon viele gesagt, er sei tatsächlich in der Beurteilung von Personal nicht so stark. Siemens Energy will vom Bund Milliarden garantieren. Offenbar funktioniert die Windkraft-Einheit Gamesa hinten und vorne nicht. Das ist eben auch diese Luftschlosspolitik, diese falschen Versprechungen, wie hypnotisiert von ihrer eigenen Ideologie, treten sie da auf, die Habecks, so wie sie alle heissen, die Vonderleins, ich habe sie gesehen, am World Economic Forum. Die grüne Zukunft, die grüne Wende, ja, die grüne Wende in den Abgrund hinein, da ist dann gar nichts mehr grün, da ist dann alles nur noch grau, das ist eine Ödlandschaft, eine Wüste, die durch diese Zwangsvergrünung da zustande kommen sollte. Und diese Hoffnung, dass dann die Windkraft sozusagen, das ist die glorreiche Zukunft der deutschen Industrie, vorausgesagt von Leuten, die in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben, ja, das ist dann eben die Zukunft. Und jetzt müssen sie die Kolkose-Wirtschaft einführen, den Sozialismus. Jetzt schreien natürlich all diese Unternehmen, die gezwungen worden sind, politisch auf diese grüne Welle einzusteigen. Die merken jetzt, dass das nicht geht, werden also für ihre eigene Bootmässigkeit bestraft. Sie finden das ja auch einen Mangel an Zivilcourage, dass diese deutschen Konzernchefs nicht mal aufgestanden sind und gesagt haben, sorry, ihr Grün-Schnäbel in Berlin, könnt ihr mal aufhören, unsere Geschäftsmodelle zu verschrotten mit der Kettensäge, das kaputt zu machen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie bestraft und was machen sie? Jetzt rennen sie zum Staat und sie können sicher sein. Die Grünen und die Linken werden jetzt sagen, ja, wir müssen ihnen helfen, wegen dem Krieg, wegen Putin, wegen Xi Jinping, wegen der Hamas, müssen wir jetzt hier die ganze deutsche Industrie verstaatlichen. So geht es los und plötzlich bist du im Sozialismus und erklärst an den ehemaligen sozialistischen Staaten, was die Freiheit und was der Westen ist. Du hast gar nicht gemerkt, dass du dich in das verwandelt hast, von dem sich die anderen befreit haben, meine Damen und Herren. Habecks diplomatischer Drahtseilakt in der Türkei, ein Besuch da, jetzt natürlich heikel, weil sich da der Erdogan entsprechend geäussert hat, aber richtig, dass die deutschen Politiker mit allen reden. Ein Drittel der Unternehmen erwartet schlechtere Geschäfte. Ja, das beschäftigt die Deutschen. Und da müsste man jetzt auch kritisch anmerken, ein Herr Habeck, sei denn er bringt da Arbeitsplätze und Aufträge nach Hause, hört auf, in der Weltgeschichte herum zu moralisieren, kümmert euch lieber um die Deutschen und um ihre Wirtschaft und um ihre Zukunft. Dann kommt da noch ein Sittenbild der Dekadenz in den gehobenen Celebrity-Kreisen Deutschlands. Der Rosenkrieg im Ehepaar Pocher, Oliver und Amira Pocher, die da ausserhalb von Köln in einem wunderschönen Waldquartier leben, die geben sich jetzt öffentlich, also wirklich schenken die sich nichts, die geben sich den Rest und gehen aufeinander los. Eine peinliche Veranstaltung, ein Sittenbild des kulturellen und auch sittlichen Niedergangs innerhalb dieser Celebrity-Szene. Wir wollen nicht allzu kulturpessimistisch klingen, das hat es wohl immer schon gegeben. Aber es passt so schön ins Bild hier, das ich in der Sendung gezeichnet habe. Deshalb haben wir jetzt den Schlusspunkt gesetzt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und nehmen Sie sich mal Zeit, die Bibel wieder in die Hand zu nehmen und dort zu lesen. Auch wenn Sie ungläubig sind, wenn Sie mit Religion nichts am Hut haben wollen, eine Schatzkammer der Menschheit und eine Quelle von unsterblichen Weisheiten. Auch kennt der Mensch nicht seine Zeit, auch kennt der Mensch nicht seine Zeit sehr wahr. Meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Bis bald. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. vollständig dazume wilde Musik bei möglichen35 Jahren. Bei einer multi-Tonierung